Warum geht da jetzt die Tür auf, hä? Würde ich mich verarschen. Und das hat mir jetzt gebracht, dass noch mehr Gegner kommen. Genau, was ich wollte. Eija, kommt noch eine Tür, komm. Jawoll. Habt ihr noch eine für mich? Eine geht noch, eine Tür geht noch. Auf! Noch sowas. Ah! Was ist denn das hier für Gangsystem? Warum sind in jedem Gang Türen, äh, Türen, ja, warum sind in jedem Gang Türen, äh, Gegner? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was hat man noch nicht? Große Spinnenvieh hier. Und Mist, der Stierkuh. Ich weiß, dass er irgendwie anders heißt, aber bei mir ist das jetzt Stierkuh. Also dieses große, fette Vieh, wo so ewig nicht sterben will. Na toll. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwas gebracht, den Schalter umzulegen. Wahrscheinlich nicht. Ja, noch mehr Gegner hat's gebracht. Wer hätte das jetzt erwartet? Nein! Geh weg! Hier ist nicht genug Platz für uns zwei. Ach ja. Es tut mir auch weh, auf dich schießen zu müssen. Aber deswegen schrei doch hier auch nicht rum. Und da geht's halt raus. Ich muss... Wo muss ich denn hin? Exzellente Frage. Ich gehe einfach mal da runter. Das Schieße ist mein. Nein. Nichts zu sehen. Okay. Nichts. Nichts. Äh. Ich muss mich korrigieren. Ich seh da was. Die erledige ich jetzt lieber nochmal. Weil wenn ich den... Oh, ich hab die Doppelläufige und... Oh. Komm. Warum sind die schon alle angeschaltet? War das schon mal jemand oder was? Glaubt mir hier jemand meinen Arbeitsplatz? Oh ja, noch näher konnte der nicht spawnen, oder? Oh, Mann, Mann, Mann. Und dann auch noch abhauen und... Hey, ich komm da rauf. Cool. Noch einer. Ach komm. Geht weg. Geht sterben. Geht weg. Ach komm. Na also, geht doch. So, und nun... Nun... Wo muss ich nun hin? Nun muss ich... Wieder hier raus. Yeah. Äh, Kreise laufen vom Aller... Feinsten. Oh ne, ich sag jetzt halt... Ich muss da rauflaufen. Moment. Äh... Kann ich nicht aktivieren. Nur Dekoration. Toll. Und ich sterbe natürlich, wenn ich die Tür... Komm das wieder raus! Help! Medikid, yeah! Ganz viele Pfl... Pflaster? Ha! Coole Sache, das. Habe ich wenigstens eine... Halbwegs brauchbare Rüstung. Die allerdings teilweise recht nusslos ist, wie ich das Gefühl hab. So, aber noch ein paar Flaschen Schnaps. Verlieren aber ein mehr Energie, als es uns bringt. Ach ja. Komm, ey. Vor allem, wie lang steht er da überhaupt schon? Also, ich würde wahrscheinlich nicht mehr trinken. Ich mein... Äh... Geht's denn da lang? Ach, da bin ich hier gekommen. Okay, also in die Tür. Und Gegner. Und... Hä? Wieso ist da jetzt nichts? Ist das? Gibt das jetzt gar keinen Sinn? Höh! Da sind Teleporter. Wie mies ist das denn? Ah, da an der Ecke. Sieht man gar nicht. Äh. Funktioniert nur in eine Richtung. Gut zu wissen. Und wir brauchen wieder... Hä? Äh, okay. Verwirrend. Nein, hier muss ich glaube ich noch nicht lang. So viel Auswahl hab ich doch dann gar nicht mehr. Kann ich denn noch lang? Da. Gegner töten. Noch ein Gegner. Und noch ein Gegner. Yeah. Und vielleicht bewege ich was, wenn ich hier... Oh, lass mich raus! Geht doch weg! Ich hasse euch so sehr. Hm. Ich brauche einen blauen Schlüssel noch. Einen blauen. Hab ich irgendwas übersehen? Okay, okay, okay. Wir... Wir schauen noch mal. Da lang. Hm. Da nicht. Da drin war nur die Knarre. Und Gegner, die uns töten wollten. Bum, 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 bum. Nein, 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 nein. Oh. Blindspielen ist schlimm. Man weiß einfach nicht, wo das Zeug ist. Und was war da noch? Da war auch nichts mehr. Hm. Hm, hm, hm. Wo lang jetzt? Wo lang? Hier, Schalter kann ich nicht betätigen. Bum, 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 bum. Warum ist da eine Treppe? Hoh! Äh. Scheiße. Das kam unerwartet. Wo habe ich es letztes Mal gespeichert? Ah, da. Gut. Gut, gut. Das kam jetzt reichlich unerwartet. Ich denke mir schon, warum ist da eine Treppe? Das sind doch normal keine, also Treppe. Also wollen wir da lang. Da lang wollen wir. Aber Vorsicht. Wir schießen erst mal von oben. Keine schlechten Augenwürzen. Was zur Hölle? Ich hasse euch. Geht weg. Okay, okay, wir nehmen. Nein, das wäre zu groß. Das ist die richtige Waffe. Schnauze. Speichern. Warum renne ich mir mit zu wenig Lebensergie durch die Welten? Ähm, dann werden wir laufen erst mal hier lang. Und... Oh, ich sehe was, was mir gefällt. Sogar zwei Sachen. Haha. Erst mal mitpicken. Nein, so komme ich da nicht drauf. Shotgun und Schalter. Noch mal. Vielleicht da? Nö. Okay, gehen wir es bitte weiter. Okay. Wir laufen. Wir laufen ganz schnell. Und dann trifft uns auch niemand. Was? Oh nein. Nein. Geh doch weg. Geh doch weg. Ich hasse dieses Skelettviecher. Und... Oh nein. Ja. Z-Bomber. Ja, die BFG rockt. Ah, komm. Nein. Nicht in den Engen. Nicht in den Engen. Warum nehme ich nicht die BFG? Warum nehme ich sie nicht? Verdammt bin ich blöd. Oh, Mann. Schleif mich tot. Ja. Ich hab's verdient. Hehehe. Ja, so sieht das schon irgendwie anders aus. Eja, den einen kann ich mit dem Shotgun töten. BFG wäre der Munitionsverschwendung. Puh, 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 puh.